Das muss aufhören, du Ignorante-Sau. Lass mich doch mal durch hier. Was meinst du? Hör auf damit, du Zerstörer. Ja, aber was hab ich dir denn getan? Du hast eine Gehirnzelle anscheinen. Deine Server. Ja, was ist mit meinem Server, Greta Thunberg? Die Allerechte wahrscheinlich. Eine Bedrohung. Und deswegen musst du mich jetzt hier nerven, oder was? Schon mal was Ökostrom gehört, du Dumpfbacke? Das lass ich nicht auf mir sitzen. Jetzt kommt meine Rache. Die ist doch nicht ganz knusper. Wer hat sie richtig triggern? Guckt euch mal ihr Grundstück an. Hashtag auf die Straße kleben. Schützt die Umwelt und klebt dich mit uns auf die Straße. Ich glaub, sie freut sich hier über ein Lambo auf ihrem Grundstück, oder was sagt ihr? Sie sieht den Lambo gerade noch nicht? Ich hab ne Überraschung für dich. Magst du Lamborghini? Ein Verbrechen. Ey, dreh dich mal um. Was willst du? Ich hab dir ein Lambo geschenkt. Abonniert diesen Channel, wenn ihr Lambo auch geil findet.